muss weiter star hoch wie komm ich da hoch jetzt Gott ich verbrachte 50 Stunden ein 1 1 so nach der Stadt Ostes Werner das war ich ja Den Richard haben sie erwischt, die Schweine, die synthetische Wahrheit, Oktober 2287, die synthetische Wahrheit von Piper Wright, Nudeln, wir alle essen sie, wir alle lieben sie, und Power Nudels ist schon seit 15 Jahren eine feste Institution in Diamond City, von Takashis steifen mechanischen japanischen über den intensiven Geruch jeder Schüssel, bis zu jedem feurigen Bissen, der Genuss von Nudeln ist eine der größten menschlichen Erfahrungen, die jeder kennt, oder etwa doch nicht? Genau diese Frage kam in mir auf. Als ich letzten Mittwoch gegen 17 Uhr am Tresen von Power Nudels saß und mein Abendessen zu mir nahm, wie schon so viele Male zuvor, dann sah ich, wie Bürgermeister MacDonald sich auf einen Stuhl setzte und exakt das gleiche Ritual begann. Die rechte Hand streckte sich vor, der Mond öffnete sich, kauende Zähne, ja er aß Nudeln. Eine Erfahrung, die fast jeder Bewohner von Diamond City kennt. So muss es auch den Bewohner von Diamond City vor fast 60 Jahren vollkommen sein, als sie an einem ungewöhnlichen warmen Abend im Mai 2029 genau diesen Tresen herum saßen. Aber das war die Zeit vor Takahashi und seinen Nudeln, als es in der Bar statt Nudeln, eiskalte Nuka Cola, schaumiges Bier und kräftigen Whisky gab. Der Name des Barkeepers war Henry und auch in dieser Nacht verhalf er den Gästen zu den größten menschlichen Erfahrungen des Trinkens, Rauchens, Redens und Lachens. Aber da kam es zu einer Tragödie. Es gibt nicht mehr viele unter uns, die alt genug sind, um sich an diesen Abend zu erinnern. Einige der Ghoul-Bewohner hätten sicher etwas dazu sagen können, werden sie dank Bürgermeister MacDonald an die Ghoul-Gesetz von 2282 nicht gewaltsam aus der Stadt vertrieben worden. Aber es gibt noch eine Person unter uns, die sich genau an die Ereignisse dieses Abends erinnert. Die hochhangesehene Materialien. Was soll das? Alter! Nehm, das lese ich nicht. Das war mir zu viel. Lass es nochmal. Alter, das war echt viel zu lesen. Ich habe mir so Mühe gegeben. Alter, ich habe doch Richards Notiz gefunden. Die Verses. Da, Richards Notiz. Warum glaubst du, dass die Leute die Zeitung bei dir kaufen, wenn sie sich einfach einen in Diamond City holen können? Okay, ein paar Händler oder Farmer des Verlössers könnten sie. Wieso fällt da immer die Hälfte? Läuft da rum und klaut immer die halben Notizen? Ich meine, okay, ab und zu, aber nicht bei jeder Notiz. So, irgendwie komme ich da aufs Dach. Und die Frage ist, wie? Ich frage es auch, was soll ich machen mit diesem komischen Siedler? Der mir nachläuft. Der muss ich doch irgendwie abwimmeln. Der geht nicht mit rein. So einer. Ich fahre mich mal hoch. Genau. Da. Da. Bin ich jetzt auf dem Dach? Ja. Wo habe ich das nur gewusst? Ich habe es nicht so gesehen, oder was? Ich habe es nicht so gesehen, ob ich es nicht so gesehen habe. Toll. Das hat sich gleich gelohnt, hochzugehen. Mal schauen, was finde ich noch so schön ist in dieser Stadt. Das hat es super getan, den lasse ich mal. War ich hier schon? Blenderer, 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 Stash. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn sehen. Ne, oder? Blenderer. Blenderer. Ich kann ihn nicht so sehen, oder? Ich kann ihn nicht so sehen, oder? Da wäre was faul. Was denn? Was ist denn? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? ich hab dir doch gerade geholfen erst jetzt bin ich totbestimmt ich hab mich kapot ja und steh auf weil nicht rum jetzt wahrscheinlich dachte ich helfe der scheißroboter und dann schießen die auf mich reichen to robota Oh, it's safe. Nein. Zahler Stahlfedern Ein bisschen Feinde in der Nähe Hier Feinde Ne, da ist ein Wächer Ich kann einen Molotow-Cocktail nach mir werfen Das geht doch nicht Das ist doch nicht nett Witzig, oder? Jetzt bin ich da echt runtergefallen Ach Gott Und lass mich durch Ich weiß nicht, dass ich das halt bewusstlos bin Ah, da kann man runterlaufen Sehr gut Jetzt Nochmal Da rein, dann da hoch Darum gibt es bestimmt was Ja Hab's wohl doch nicht Hat auch Schlafsack noch ein Stimmchen schlafen Ich bin mal gespannt Was sieht man hier auf der Karte alles? Krankenhaus-Scandle Krankenhaus-Scandle Was ist das für ein geiler Bus? Hier sind die Autos im Boot, gehen wir da hin? Scrap red blöd die waren auch vor allem freundlich ohne witz baum nachladen warte hallo headshot oder brief und weine ich auch steh auf jetzt die belohne kann es anbehalten auf der europa plünder da ist freundlich das ist da vorne auch von mir es gibt es es geht auf jeden Fall aus dem Dorf raus will ich das? ja, Dorf, Stadt ist schon eher eine Stadt als ein Dorf solange wir hier drin rum ahja ich weiß gar nicht wo ich schon dabei war wo ich nicht ich werbe durch die Gegend Übersicht 0 kein Plan die Hundehütte hier und zu Hause für dich da ist ne Kirche oder so oder ne Kapelle und wilder gut, hallo 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 schönes ich gefunden habe bam ha 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 die werden immer erst im Kaffee in die Liege der die Viecher spiel zu Wort und ich braue nicht Schöpfkelebräu auch nicht da ist der Legendäre gewesen wo was bringt das erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10% mit nicht schneller der Postkapelle ist was Gutes was war das was ist da passiert was explodiert hallo hallo ich wusste ganz gerne was kaputt gegangen ist ich bin wo ist das wie ein Junkie ist ein Zeug beim Spielplatz versteckt sicher das versteckt was der explodiert jetzt blöd es explodiert was wenn ich nicht da bin das heißt ich bin nur schuldig das kenne ich nicht aus das waschsalon es ist hier die nachteln ist man wir wir uns wir Guts! doch auf einmal unter mir auf was wollte mir auch nur die schöne boot hier anschauen was ist das wir haben die aber ja ganz schön geändert jäger wo es dann hält tor so kopf das das ist ein kopf kommen energie waffen ich mache den gerai schaden und eine piste alter verwalter ich habe auch mal gescheite waffen die generalbüro kann gar nicht sein was alles kein schaden Wo ist dieser Eingang, da ist der Eingang, ui, dann schauen wir mal was im AADTSL Regionalbüro los gewidt der Hirsch und und Das war's für heute. Was ist das? da der Sparta da der Sparta höchstpersönlich unterwegs hat mich fast getötet und 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 ja ja und 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 Sparta und und es schafft und gewährt nicht die Welt hier und 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 was und weil ich hatte ich muss hier Bus zu machen oder oder Maitz oder Front oder oder und jetzt frei ich mich auf nachricht und 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 das war so oder was das war die ganze information jetzt scheiß drauf fertig ich shape bonus blöck warum versuch start weeks patent hey ich bin doch noch einmal mehr als zwei oder drei harsh sever never wieso mache ich sowas sever und never das hat fünf gleiche Buchstaben rot science helps don't rules jones unglaublich wenn ich einmal ein treffer pro weil scope nicht ein einziger treffer unglaublich spide spide flash flash stuff wow gefangener was ist das toll damit wie hier nichts passt Der Hund Hilf bei aufteinem von Tenpins Fluff Pistolen und Patronen Schusswaffe und Dauer 5% mehr physischen Schaden Das hab ich doch schon letztens gefunden Experte, Einsteiger, ok What? No Turmsteuerung Deaktivieren, ok Safe steuerung Lass die Aktivieren Die Aktivieren Die Aktivieren Die Aktivieren Was ist das hier? Ich nehme eine Karte. Zwei hier, oder? Und da... Das Taubtang, genau. Hier waren die zwei Typen gebracht. Hier sind nur die Zellen, wie es aussieht, oder? Das ist der Wartenschrank, schlusslich. Achso. Ein fett, man. Was haben wir hier? Hier sind wir fertig. Steel Boy. So, das Licht was flackert. Das noch mehr Drogen. Drogen! Okay, jetzt. Wie kann ich diese Kiste nochmal nehmen? Blut. Blut. Was ist das? Blut. 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 Schauen wir mal, ob ich da neinkomme. Nein. So, das sah ganz gut aus. passt wir kommen raus hm Ich muss immer bei einer Verteidigung helfen. Was ist das? Supernubes werden oft mit Supernubes begleitet. Monströse Bestie so gefährlich sind wie ihre Herren. Das habe ich noch nicht gesehen. Das will ich auch nicht so schnell sehen. So wie es aussieht. Keine Ahnung wie viele Blasen ich habe. Ich will nur ein bisschen handeln. Ich dachte hier ist ein verdammt vom Start. Ich habe ein paar Headshots. BAM! Daneben, genau. Alter, wie kannst du aus der Sonne entfernt daneben schießen? Bist du geistig beendet? Das war es schon. Fünf coole und deswegen bin ich jetzt hergekommen. Rechtzeitig gekommen. Ja, danke. Naja, was solls. Ich würde mal sagen, ich speichere hier Schnau. Okay. 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 Okay.